Hallo liebe Segelfreunde, mein Name ist Ludwig Brackmann, ich bin Buchautor und Chatter-Experte. Normalerweise geht es hier auf dem Kanal Skipper Training TV um den euren nächsten Segelurlaub wieder noch schöner und angenehmer und sicherer wird. Aber heute mache ich hier einen kleinen Abstecher in die maritime Kunst in der Halle 7 auf der Boot. Und dort habe ich die Heinke getroffen und was die zu erzählen weiß über ihre Gemälde, die sie hier schon seit vielen Jahren zelebriert und erstellt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo Ludwig, hallo. Ja, erzähl mal, wer bist du, woher kommst du, was machst du? Ich bin Heinke Böhner, komme aus Hamburg, bin maritime Künstlerin oder Künstlerin und male Segelbilder. Collagen mit dem Besonderen. Die Segel sind meistens ausgediente Segel, die ein gutes neues Leben auf meinen Bildern bekommen. Ich liebe Segeln, ich liebe Malen und das ist mein Leben und das funktioniert als Beruf auch. So, und jetzt drücken wir nochmal um. Und zwar, jetzt, genau, lass uns mal durchschauen. Erzähl mal was zu deinen ganzen Gemälden. Ich mach mal hier die Petrale. Also dieses hier ist gleich das größte Bild, was ich mit habe. 2,40 Meter groß, breit und 1,20 Meter hoch mit vielen bunten Farben. Und mein Besonderes sind halt die alten Segel, in dem Fall auch immer etwas mit Promi-Faktor. Dieses hier ist von Malizia, von Boris Herrmann und Pierre Casiraghi, das Boot, was Greta nach New York gebracht hat. Und ich verbaue sozusagen diese Segel, die vorher schon kaputt waren. Also ich glaube nichts, ich verbaue das, was man mir gibt. Das hier ist von der TP52 vom SAP-Gründer. Das ist das, was meine Tochter sonst so bewegt. Dann habe ich auch normales Opti-Segel, 420er Drachen, alles. Also vom Imoka 60 bis zum Opti, alles in Bilder. Oder das hier ist Spinnaker. Und diese ganzen Segel kommen halt so mit Acrylfarbe auf die Bilder. Hält prima, hat den Stresstest einmal um die Welt schon fast geschafft. Und jetzt wandern wir einmal mal ein bisschen um meinen Stand. Es gibt ein bisschen grau und wärmere Farben. Dann kommen wir jetzt hier zu einer besonderen Sache. Man kann auch übermalen, indem man hier einfach die Segel nimmt. Also Bilder, wo die Segel aus dem Format gehen, geht auch. Dann liebe ich es mit Kauschen, Vermessungsstempeln, Kohlefasersegel, alles so zusammenzubauen. Und ja, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu der Wand auf Fame. Bevor du jetzt mal mit den Details weitermachst, ich habe mal eine Frage. Wenn du jetzt startest mit so einem Bild, wenn du jetzt sagst, weiße Leinwand, du wachst morgens auf, hast du den ersten Kaffee vielleicht auf oder Tee, ich weiß nicht genau. Es sind ganz viele Schichten. Es sind ganz viele Schichten. Genau, die Konflikte an dem Kopf sozusagen. Mit einer weißen Schicht und einer Idee. Und dann dauert es sowieso mehrere Tage, bis ich überhaupt mit dem Bild richtig loslegen kann. Und insofern, manchmal ändert sich das noch aus, dass einem roten Bild ein blaues wurde, weil zwischendurch mir etwas nicht gefallen hat oder die Idee hat sich gewechselt. Ich lasse es auch ein bisschen fliegen. Also es ist nicht komplett schon fertig in meinem Kopf, manchmal schon. Hängt auch ein bisschen davon ab, was eigene Bilder sind, wo dann auch nochmal die eigene Yacht mit drauf soll, erkennbar. Das mache ich nicht minutiös mit allen Relingstützen, sondern das Rick stimmt, ein bisschen so die Fenster und man kann es erkennen, aber es ist genauso ein bisschen abstrakt. Das heißt also, man kann auch zu dir kommen und sagen, ich habe, das ist hier meine Traumjacht, die fahre ich schon seit vielen Jahren. Die möchte ich mal im Wohnzimmer, im Büro, in zwei Hecken haben. Genau, dann nehme ich die Segel oder Stücken der Segel, auch des eigenen Bootes und baue die mit ein. Das ist zwar die Pflicht, dass ein Stück Segel, altes Segel muss dabei sein, sonst fängst du gar nicht jetzt an. Doch, es geht nunfalls auch, aber ich bin im Prinzip. Denn einmal, wenn wir jetzt hier nochmal kurz zeigen, wer so dabei ist, bin ich, das sind Erik und Tommy, die haben in Rio die Bronzemedaille im 49er gewonnen. Das sind Luise und Helena, die sind gerade amtierende Juniorenweltmeister im 470er. Das hier ist von unserem Boot. Das ist von Matthew Belt, ja, der ist Olympiasieger, fünfmaliger Weltmeister auch im 470er. Das hier ist wiederum Malizia, dieses Stück Segel. Malizia, Boris Herrmann, Pierre Casiraghi. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite drüber. Das Vendée Globe dieses Jahr Segel, das hat noch kein Deutscher jemals gemacht. Dann hatte ich das riesige Glück, etwas von Dong Feng zu bekommen. Dong Feng hat letztes Jahr das Volvo Ocean Race gewonnen oder 2018, also schon vorletztes Jahr. Dann arbeite ich auch mit der Sea Cloud zusammen. Also riesengroßer Luxuskreuzfahrt und gleichzeitig sind auch in dem Bild Opti-Segel. Also es gibt einfach alles. Wie kommst du an diese Segel ran? Kennen die dich alle, schicken die, sagen die, hier komm, wir haben ein altes Segel, brauchen wir nicht mehr? Oder musst du da einfach herforschen? Ganz unterschiedlich. Also je prominenter der Besitzer war, desto, manchmal ist es schwieriger. Manchmal liegen auch die Segel einfach vor meiner Atelier-Tür und ich weiß noch nicht mal, von wem sie kommen. Dong Feng, Volvo Ocean Race Gewinner, hatte ich eine Ausstellung in Amerika, in Newport, während das Volvo Ocean Race dort war. Ich habe denen nichts abgeschnitten, aber ich habe es mit sehr viel Gequengel und I'm a German Artist und ich brauche das unbedingt. Nach fünfmal No hatte ich ein Yes und habe zwei, drei Quadratmeter bekommen. Liebe Leute, also jetzt nicht einfach eure alten Segel hier zur Eingeschicken, da müsst ihr vorher schon mal anrufen und bestellen, das ist mal klar. Genau, ja, ja. Und gut, und in dem Fall bei einigen, das kann man jetzt mal sehen, gehen wir mal weiter. Also ich habe manchmal total Lust auf Farbe, es geht mal ganz quietschig. Das sieht man wohl, ja. Genau, auch auf viel Farbe, das sehen wir jetzt gleich. Hier wird das noch bunter als das Rote hier. Nein, jetzt sieht man den Arbeitseinsatz. Mal einen kurzen Blick auf die Arbeitshose werfen, also ist es eine gewisse Schichtdicke da. So, jetzt kann man das nochmal sehen. Jetzt gehen wir nochmal weiter. Jetzt noch einen kurzen Blick auf Malicia. Das ist das Schiff von Boris Herrmann, was jetzt eben Boris allein um die Welt, Vendée Globe, startet im November. Und Boris macht genau das gleiche, was sonst Hugo Boss macht. Also Alex Thompson einmal allein um die Welt in der Regatta, hat noch kein Deutscher gemacht, ist sein Plan. Der Alex Thompson, der klettert dann auf den Mast und springt irgendwo runter. Nein, Boris macht solche Sachen glaube ich nicht. Also das schließen wir ja auch als Skipper-Training an, wenn das immer mal machen muss. Genau, aber Boris, ob der das im Anzug macht, was ja das Boss will. So, dann sieht man hier nochmal ein bisschen bunt, auch mit verschiedenen Segeln. Jetzt lass mal, genau, hier unten gerade. Ich schaue hier gerade immer das rote Bild. Was gibt es denn da, so zu wissen? Boah. Also hier ist auch Malicia mit drin. Und ich suche gerade mal so ein, und hier sieht man auch mal Opti-Segel. Dann ein bisschen größer, wandern wir hier mal weiter. Hier ist noch ein Dreiteiler und überall, wo so ein M ist. So, das ist das Malicia M. Und die Bilder, die ich verkaufe mit dem M, da gehen 10% an My Ocean Challenge. Das ist eine Stiftung von der Prinz-Albert-Stiftung. Dort wird Kindern beigebracht, wie wichtig der Ocean ist und was man tun kann. Und die sollen es ihren Eltern beibringen. Also man sieht hier viele M's und ich hoffe, dass ich noch viel für die einsammeln kann. Jetzt gehen wir mal in meinen Stand. Ich komme hier mal zu einem Bild ohne Segel. Da ist nur Spinn, die Spinnaker sind nur gemalt. Hier braucht ein, ja, die erste Porzellanflasche. Champagner-Porzellanflasche. Da habe ich irgendwie Glück gehabt, dass ich irgendwie der Artist war, der das dann bestücken durfte. Ja, Champagner-Ausflasche aus Porzellan. Trink gebraucht von der Welt. Dann kleines, wichtiges Highlight. Muss man jetzt auch einmal zeigen. Wenn man jetzt hier sieht, König Harald, Herr Gauch und ehemaliger Bundespräsident. Und mein Bild, das war mal das offizielle deutsche Staatsgeschenk in schwarz-rot-goldener Kiste, was von dem Herrn Gauch damals an König Harald von Norwegen mitgebracht wurde. Da bin ich immer noch ehrlicherweise stolz drauf. Und Harald ist auch ein begeisterter Segler. Insofern hat es auch gepasst. Und ja, das ist so das Highlight bis jetzt gewesen. Interior Design habe ich die Kunst für das Atlantic Hotel gemacht. Auch Udo hat ein Bild im Zimmer, wo er dann so sagte, das finde ich ganz geil. Ob er höflich war oder wie, jedenfalls hat er eins. Ja, wenn ihr die Bilder mal erleben möchtet, einfach ein Zimmer im Atlantikhotel in Hamburg buchen. Genau, zweiter, dritter, vierter Stock. Genau, zweiter, dritter, vierter Stock. Und dann könnt ihr doch mal... Genau. Ansonsten sind hier noch unterschiedlichste Motive. Und ich freue mich, wenn noch jemand auf die Boot kommt, weil es eigentlich hier wirklich super schön ist, sehr viel zu sehen. Und dann nochmal einen Blick. Es gibt gerade ein neues Magazin. Kann ich jetzt auch nochmal sagen. Ocean Lovers, ganz toll. Mit dem Kinofilm dazu. Und in Ocean Lovers ist irgendwie alles, das mich gerade betrifft. Da ist Dong Feng mit drin. Da ist Boris Herrmann mit drin. Und ganz zum Schluss bin ich noch mit drin. Jawohl. Also hatte ich irgendwie Glück, dass die Auswahl gut gestimmt hat. Und dieses hier... Wenn man jetzt so zu Hause so einige von deinen Werken hängen hat und Besuch kriegt, da will man natürlich auch beweisen, von wem diese ganzen Segel sind. Wie geht das denn? Kriegt man dazu noch Unterlagen? Das bekommt man so mit. Also Unterlagen, ja, ich schreibe es auch drauf. Und von den Super-Promisegeln, in dem Fall hier von Dong Feng, werden dann hinten kleine Abschnitte nochmal auf den Rahmen getackert, um sozusagen zu zeigen, was da mit drauf ist. Und so kann man das dann sehen. Ich schreibe es drauf. Und welche 420er das waren, das weiß ich einfach nicht mehr. Also es geht ja ein bisschen bei den Außergewöhnlichen, kommt das dann vor. Und ja, gut. Danke. Wenn man dich jetzt entweder treffen will, deine Bilder begutachten oder begeistert betrachten möchte, wo kann man die live erleben? Wo kann man die im Internet finden? Also ich bin aus Hamburg. Meine Webseite ist ganz einfach. www.segelbild.de Also ganz einfach. Ich habe in Hamburg eine kleine Galerie bei der Elbphilharmonie, aber auch mein eigenes Studio in Hamburg. Und dort kann man mich gerne nach Anmeldung besuchen. Aber manchmal bin ich auch einfach nicht da. Du bist ja auch viel ausgebucht. Also die ganzen Ausstellungen, die du machst, rund um die Welt. Also die Ausstellungen rund um die Welt. Wo findet man das denn? In den USA. Da bin ich sehr gerne in Newport, Rhode Island. Das ist so eine meiner Lieblingsgalerien. Da habe ich auch, war ich Artist of the Year in so einem Riesenmenschen, Castle Hill. Fand ich super. Das kommt dieses Jahr noch etwas. Und dann habe ich auch was in Australien. Und mein Plan ist, aber den muss ich noch etwas formen, ist nächstes Jahr eine Ausstellung zum Amerikas Cup zu machen. In Neuseeland. Und ich muss auch sagen, Strike, ich habe schon das Segel von dem Kappverteidiger. Da habe ich schon ein Stück besorgt. Das war bis jetzt auch eines der spannendsten Segel, die ich habe. Weil neuseeländisches Nationalheiligtum ist schon in meinem Repertoire. Ja. Und ich freue mich, wenn man mich besucht. Und ich kann auch gerne was erzählen. Und es ist meine große Leidenschaft. Und es bringt mir Spaß. Und ich freue mich. Segel tue ich natürlich auch super gerne. Ja. Ja, Heike, dann Dankeschön. Ja, Dankeschön. Liebe Leute. Vielen Dank, Ludwig. Ja, damit sagen wir auf Wiedersehen von der Boot hier aus der Maritimen Halle 7. Und schaut mal vorbei hier bei der Heike. Bye, bye. Die Kamera, die will nicht so, wie ich das möchte. Nichtsdestotrotz. Alle Links findet ihr unter dem Video. Dort könnt ihr stöbern und euch die schönen Gemälde hier von der Heike anschauen. Und ja, viel Spaß damit. Und ich bin gespannt, bei wem von euch zu Hause so ein Bild demnächst mal hängt. Alles Gute. Denkt daran, dieses Video, wenn es euch gefallen hat, leitet es gerne weiter an einen Freund. Abonniert den Kanal, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und ja, weitere Links findet ihr unter dem Video. Damit sagen wir stets eine Handbreite Wasser unter dem Kiel. Und viel Spaß auf dem Wasser. Die Heike und der Ludwig. Jopp. Danke.